Hi hier ist Thomas und heute schauen wir uns das SGX Netzteil von Sysonic an. Für die Netzteiltests in diesem Video verwenden wir unsere eigene Chroma Teststation, wie sie auch von den Herstellern verwendet wird. An einer kleineren Teststation werden im Video einige Tests vorgeführt. Ich fasse dann hier die Ergebnisse zusammen. Den ausführlicheren Test mit weiteren Messergebnissen findet ihr dann in der Beschreibung verlinkt. Zu Sysonic muss man heute nicht mehr viel sagen. Der Hersteller hat hohen Bekanntheitsgrad erreicht und fertig auch Netzteile für einige bekannte Marken. Deshalb kommen wir am besten direkt zum Netzteil. Bei der Sysonic SGX Serie handelt es sich um SFXL Netzteile. Die Netzteile gibt es mit 450, 500 und 650 Watt Leistung. Die SFXL Norm ist eigentlich nicht wirklich eine eigene Norm. Es gibt eigentlich nur SFX und SFXL baut darauf auf und ist sozusagen eine Erweiterung. Von den Dimensionen ist FSXL ein Zwischenschritt von SFX zu ATX. Die Breite und die Höhe sind identisch zu SFX, aber die Netzteile sind etwas länger. Sodass ein 120mm Lüfter mit niedrigem Profil gerade in die Netzteile passt. Das bedeutet aber auch, dass SFXL Netzteile nicht in alle SFX Gehäuse passen. Es ist also empfehlenswert das unbedingt vorher zu überprüfen. Damit das etwas besser vorstellbar ist, mal ein Größenvergleich zwischen Focus SGX, Focus Plus bzw. Focus GX wie das aktuell in der neuen Version heißt und einem Prime Titanium. Ein SFX Netzteil hat 10cm Tiefe, das SGX 12,6. Die Focus Plus zählt mit 14cm eher zu den kleinsten ATX Netzteilen. Das Prime Titanium repräsentiert mit etwa 17cm heutige Standard-ATX Netzteile. Beim Lieferumfang haben wir neben dem Netzteil selbst, einen Satz modularer Kabel, ein Kaltgerätekabel, Schrauben, Handbuch, Kabelbinder, einen Molex-to-Floppy-Adapter und einen Adapter von SFX auf ATX. Damit ist es dann möglich das Netzteil auch in kleineren ATX Gehäuse problemlos zu verwenden. Bei den Kabeln handelt es sich um Flachbandkabel, die Kabellängen sind ok und es bietet für ein 450 Watt Modell ausreichend Anschlüsse. Die Kabellängen sind aber natürlich für kleinere Gehäuse vorgesehen. Die Version mit 450 Watt Leistung kann auch auf der 12V Leitung 37 Ampere bzw. 444 Watt bereitstellen. Damit haben wir hier ein Single-Wall-Netzteil. Kombiniert bietet das SGX auf 3,35 Volt die heute üblichen 100 Watt Leistung. Wo wir jetzt bei den technischen Spezifikationen sind, schauen wir uns gleich dazu die Schutzschaltung an und wie die Abschaltpunkte des Netzteils sich dazu verhalten. Beginnen wir mit dem Schutz vor Überlastung, der OPP. Hier schaltet das Netzteil bei 634 Watt ab. Wir haben also mit ungefähr 40% ordentlich viel Puffer. Die Spannung auf der 12V Leitung fällt auf 11,93 Volt, also nur um 0,14 Volt herab. Die OCP, die Absicherung vor zu hohen Strömen, schaltet bei Überlastung der 12V Leitung das Netzteil bei 623 Watt bzw. 52 Ampere ab, also nur geringfügig unterhalb der OPP. Die Spannung verhält sich auch ähnlich und fällt auf 11,98 Volt herab und ist damit in beiden Fällen unproblematisch. Die OCP auf der 5V Leitung schaltet bei 29 Ampere und auf der 3,3 Volt Leitung bei 26,5 Ampere ab. In beiden Fällen bleibt die Spannung unbeeindruckt. Typisch für ein Netzteil aus dem gehobenen Segment reagiert das SGX auf Kurzschlüsse unproblematisch, hier gibt es auf keiner der relevanten Leitungen etwas zu bemängeln. Kommen wir zum Wirkungsgrad. Die SGX Netzteile sind bei 115V Eingangsspannung 80 plus Gold zertifiziert und das Netzteil agiert auch in diesem Bereich. Bei 50%iger Last fehlen zwar 0,2%, aber das ist innerhalb der erlaubten Schwankungen von 0,5%. Der höchste Wirkungsgrad mit 90,2% wird bei 40%iger Last erreicht. Bei 230V Eingangsspannung erreicht das SGX ab 25% Last ein Wirkungsgrad über 90% und bleibt über dieser Schwelle bis zur Volllast. Bei 40%iger Last wird ein Maximum von 91,7% erreicht und das Netzteil bleibt bis 85% Last bei einem Wirkungsgrad über 90%. Bei Lasten bis 100W, also bei geringen Lasten, ist der Wirkungsgrad ganz gut. Ab 35W sind wir über 80% und ab 75W sogar schon bei einem Wirkungsgrad von 88%. Das sind gute Ergebnisse für ein SFX Gold Netzteil, aber wir haben bei ATX Netzteilen schon bessere Ergebnisse gesehen. Kommen wir zum Spannungsverhalten des Seasonic SGX. Bei der Spannungsregulation bleibt der Spannungsabfall auf der 12V Leitung unter 0,5%, ein sehr guter Wert. Auf 3,3 und 5V sind es etwas über 1%. Einzig die nicht wirklich relevanten minus 12V und 5V Standby Leitung liegt um 2%. Zusammengefasst keine schlechten Ergebnisse und signifikant unterhalb der 5% Grenze der ATX Spezifikation. Bei Crossload Lasten, also unterschiedlichen Belastungen der verschiedenen Leitung, bleibt das Ergebnis unverändert gut. Schauen wir uns nun die Restfälligkeit. Auf den 12V Leitung liegt hier zwischen 11mV bis maximal 40mV. Erlaubt sind hier laut ATX Spezifikation 120mV Restfälligkeit. Die Ergebnisse sind also gut. Auf 3,3V sind es 18 bis 26mV. Und auf der 5V Leitung sind es 36 bis 48mV. Während also die 3,3V Leitung deutlich unterhalb der zulässigen 50mV Grenze liegt, sticht die 5V Leitung etwas hervor und liegt nur knapp unterhalb der Spezifikation. Es fällt auch auf, dass die Restfälligkeit hier stärkere Peaks erzeugt. Kann sein, dass wir mit unserem Pressemuster nur ein etwas schlechteres erwischt haben, denn das von Seasonic gefertigte und baugleiche Fractal Design ION SFX weist diese erhöhten Werte nicht auf. Ich packe euch den Link zum Test auch in die Beschreibung. Kommen wir zu der Lautstärke. Hier fällt sich das SGX für ein SFX Netzteil durchaus leise. Bis 40% Last läuft das Netzteil Seasonic typisch im Semipassivmodus. Das heißt der Lüfter startet erst bei 40% Last mit 900 Umdrehungen pro Minute und erreicht bei 360 Watt 1000 Umdrehungen und schließlich bei Volllast dann 1300 Umdrehungen pro Minute. Damit wird das Netzteil schließlich hier auch hörbar. Eine Wahlmöglichkeit zwischen Aktiv und Semipassiv Modus wie es bei der ATX Fokus Serie gibt, ist hier leider nicht vorgesehen. Wir haben den Test aber etwas erweitert, um den Semipassiv Modus etwas genauer zu untersuchen. Dafür gibt es das Diagramm in einer etwas anderen Darstellung bzw. in einer erweiterten Darstellung. Und die muss ich vorher noch erläutern, damit man die ein bisschen versteht. Eigentlich seht ihr hier den direkten Verlauf der Drehzahlkurve. Das Diagramm ist hier zweigeteilt. Die linke Seite ist im Endeffekt das gleiche Diagramm, was ihr geradezu vorgesehen habt. Das Interessante passiert hier aber auf der rechten Seite. Oben die graue Kurve ist der Lastzustand, rechts die Anteilung der Lasten. Was wir hier also sehen ist, wie sich das Netzteil verhält, wenn von 100% Last die Last langsam abgesenkt wird. Deshalb auch diese treppenartige Verlauf der Last. Design steht durch langsames Absenken der Last und man wird immer etwas abgewartet. Nun sehen wir aber, dass bei ungefähr 45% Last der Lüfter ausgeht. Dann wieder an, aus, an und so weiter. Hier nochmal etwas, das nur das rechte Diagramm vergrößert. Und das ist jetzt kein typischer An-Aus-Bug. Weil hier zwischen den Last, wie lange die Lasten anhalten, dafür geht etwas Zeit. Aber hier zeigt sich, dass wohl ein Temperatursensor reagiert und wieder den Lüfter anspringen lässt. Ein typischer An-Aus-Bug würde deutlich höhere Frequenzen aufweisen. Und eher bei einem bestimmten Lastpunkt auftreten. Bei den Netzteiltemperaturen bewegt sich das Netzteil in guten Bereichen. Zusätzlich, wenn man berücksichtigt, dass es sich um ein SFX-Netzteil handelt und nicht um ein ATX-Netzteil. An den Kabeln oder an dem Gehäuse erreicht das Netzteil bei Volllast bis zu 36 Grad. Das ist absolut unbedenklich. An der Unterseite sehen wir einen Hotspot. Das ist aber für Sisonic nicht ungewöhnlich. Denn der Hersteller nutzt öfter in seinen Netzteilen die Gehäuseunterseite als Passivkühler. Am Trafo im Inneren des Netzteils bleibt die Temperatur bei maximal 62 Grad. Das ist mehr als okay. Da haben wir schon bei RTX-Netzteilen deutlich höhere Werte gesehen. Somit sind die Temperaturen für ein Netzteil insgesamt vollkommen unbedenklich. So, da wären wir schon am Ende des Tests angelangt. Wie ist denn jetzt das Fazit zum Sisonic-SGX-Netzteil? SFX-Netzteile unterliegen den gleichen Spezifikationen wie ATX-Netzteile. Trotzdem sollte man die Ergebnisse auch unter diesem Gesicht betrachten. Also das berücksichtigen, dass wir es hier mit einem SFX-Netzteil zu tun haben. Wäre das SGX ein ATX-Netzteil, wären die Ergebnisse gut bis ausreichend. Da es sich aber um ein SFX-Netzteil handelt, sticht das Netzteil somit deutlich hervor. Und reiht sich in dieser Netzteilklasse dann doch unter die besseren Netzteile. Der Wirkungsgrad ist wie versprochen. Die Spannungsregulation auf der 12V Leitung mit 0,5% hervorragend. Auf 3,3 und 5V mit 1% noch gut. Und weit unterhalb der 5% Grenze. Die Schutzhaltung greifen hervorragend. Und das Netzteil bietet überraschend viel Puffer. Ohne dass es sich negativ auf die Netzteil-Ausgangsleistung auswirkt. Bei der Lautstärke darf man bei einem SFX-Netzteil keine Wunder erwarten. Hier muss man halt schlicht immer Kompromisse eingehen. Aber bis zu 200 Watt Last ist das Netzteil absolut leise. Damit sollte das SGX-Netzteil nicht nur im Idle eher weniger auffallen. Sondern auch bei vielen kleineren Gaming Systemen sogar bei Teil- oder Volllast. Selbst aber bei voller Last ist das SGX zwar hörbar, aber nicht wirklich aufdringlich. Der einzige kleine Wermutstropfen ist die Restwelligkeit. Die auf der 12V Leitung noch gut. Aber auf der 5V Leitung nur noch innerhalb der Spezifikation ist. So damit sind wir am Ende des Test. Falls ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Netzteil-Test. Bis zum nächsten Netz. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!